Die SB-Filiale der VR-Genossenschaftsbank Fulda EG, Standort Kalten-Sundheim, schließt zum 7. Januar 2018. Laut Angaben des Betreibers können die hohen Anforderungen an Sicherheit und Technik nicht mehr gewährleistet werden. Aus diesem Grund ist es nicht mehr möglich, die SB-Filiale aufrechtzuerhalten. Für die Bankgeschäfte der Kunden steht weiterhin die Filiale in Kalten-Nodheim zur Verfügung.